Massive Netto-Rentenkürzung für viele Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Rentner wegen dem Anstieg des Zusatzbeitrags. Ganz besonders betroffen Mitglieder der AOK Nordost mit dem höchsten bundesweiten Beitragssprung im Zusatzbeitrag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, wir haben es ja nun gehört, die Zusatzbeiträge in Deutschland bei der gesetzlichen Krankenversicherung werden im Jahr 2024 bei den meisten gesetzlichen Krankenversicherungen steigen. Es gibt mehrere Krankenversicherungen, die da gut gewirtschaftet haben und keinen Preissprung nach oben mitmachen. Aber es gibt eben die Masse der gesetzlichen Krankenversicherungen, die hier ihre Preise anheben wird, meine Damen und Herren. Und das hat Folgen für die Zahlbeträge der Renten, der gesetzlichen Renten. Das dürfte dann den meisten Rentnerinnen und Rentnern klar werden, wenn dann die geänderten Rentenbescheide bekommen und sie sich wundern, dass sie hier weniger ausgezahlt bekommen. Die Brutto-Renten bleiben gleich, aber von den Brutto-Renten werden dann die höheren Zusatzbeiträge, die auf sie anfallen, dann abgezogen oder ihren Anteil zumindest daran. Meine Damen und Herren, schauen wir uns das mal an, was der Tagesspiegel dazu geschrieben hat. Der Tagesspiegel meint, dass die AOK Nordost mit bundesweit größtem Preissprung, dort steigt der Zusatzbeitrag auf 2,7 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2,7 Prozent. Und alle die Mitgliederinnen und Mitglieder, die dort bei der AOK Nordost sind, werden dann deutlich mehr bezahlen müssen an Beiträgen. Unter anderem betroffen davon auch dann Rentnerinnen und Rentner, die letzten Endes von ihrer Brutto-Rente dann den höheren Zusatzbeitrag oder ihren Anteil dann selber bezahlen müssen. Die meisten von denen, die dort in der Krankenpflichtversicherung der Rentner versichert sind, das ist so eine spezielle Krankenversicherung, die als Pflichtversicherung für Rentner gilt, die zahlen von dem Preis von den 2,7 Prozent. Auch für die deutsche Rentnerversicherung deutlich teurer werden. Meine Damen und Herren, das sind die Voraussichten für das Jahr 2024. Das heißt also, wir werden eine Rentenkürzung in Netto haben, bei denen, die in den Krankenkassen versichert sind, die ihre Zusatzbeiträge anheben. So auch die Barmer Krankenversicherung, die mit mehr als 8 Millionen Versicherten den Zusatzbeitrag auf 2,19 Prozent anhebt. Die AOK Rheinland Hamburg auf 2,2 Prozent. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, nicht alle machen mit. Die Techniker beharrt weiterhin auf 1,2 Prozent und die DRK bleibt bei 1,7 Prozent stehen. Alles sozusagen die Zusatzbeiträge. Also nur noch mal zu Ihrer Klarstellung. Wir haben einmal den allgemeinen Beitragssatz, 14,6 Prozent. Dann haben wir den Zusatzbeitrag und wir haben dann noch den Beitrag für die Pflegeversicherung. Meine Damen und Herren, wenn Sie das alles zusammenziehen, dann haben Sie insgesamt die Beitragsbelastung gesamt. Dann kommt es darauf an, wie Sie versichert sind. Sind Sie freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung? Müssen Sie alles selber bezahlen? Sind Sie als Rentner pflichtversichert in der sogenannten KVDR? Müssen Sie von dem allgemeinen Beitragssatz 14,6 Prozent und von dem Zusatzbeitrag Gott sei Dank nur die Hälfte bezahlen? Den Pflegeversicherungsbeitrag zahlen Sie auch allein. Da gibt es keinen Zuschuss als Rentner. Bei den Arbeitnehmern sieht das noch ein bisschen anders aus. Da ist die Verteilung der entsprechenden Beitragslasten anders gesetzlich geregelt. Meine Damen und Herren, es gibt natürlich dann wieder Schuldzuweisungen. Also die Chefin der AOK Nordost macht politische Fehlplanung dafür verantwortlich. Unter anderem hohe Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, Entnahmen von Finanzreserven und fehlende Verlässlichkeit der Politik zwingen die AOK Nordost zu diesem Schritt. Die Mitgliederstruktur der AOK Nordost ist leider so, dass diese dort deutlich älter sind als, oder die AOK Nordost deutlich mehr Mitglieder hat, die deutlich älter sind als im Vergleich zu anderen Krankenkassen und sie da entsprechend aufzahlen müssen. Und das nur noch kompensiert werden kann, finanziell durch die Erhöhung des Zusatzbeitrags. Ja, ich bleibe auch hier dabei, liebe Frau Teichert, Sie werden mir da wahrscheinlich recht geben. Was nützt es uns allen? Wir brauchen in Deutschland eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung. Wir brauchen keine 100 gesetzlichen Krankenversicherungen, sondern wir brauchen nur noch eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung. Die können wir dann noch regional aufteilen in Nordost, West und Süd. Ich bin auch dafür, dass alle Beamtinnen und Beamten und auch alle Politiker in eine Krankenversicherung, in eine einheitliche Krankenversicherung als sogenannte Bürgerversicherung einzahlen. Das ist ein Unterschied zur erwerbstätigen Versicherung als Bürgerversicherung einzahlen. Und das macht dann wiederum Sinn und dann hätten wir auch nicht solche finanziellen Probleme, wie sie jetzt auf die Krankenkassen zukommen. Denn es wird ja weitergehen mit den Beitragserhöhungen. Da bin ich mir ganz sicher, wir haben ein Demografieproblem und deshalb wird es auch in der Zukunft Beitragserhöhungen geben. Das ist eine Spirale, die jetzt in Gang gesetzt worden ist und das Leben in Deutschland immer teurer macht. Meine Damen und Herren, keine guten Nachrichten für Millionen Rentnerinnen und Rentner für das Jahr 2024. Alle diejenigen, die gesetzlich versichert sind und deren Krankenkassen die Zusatzbeiträge anheben, werden es erleben auf ihren Rentenbescheiden. Auf jeden Fall wird die Nettorente dann wegen der Erhöhung des Zusatzbeitrags sinken. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Kröppel.